so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es die magic stars von weko wie man das hier sehen kann sehr schön alt mit dem weko explosions logo damals von 1900 und keine ahnung 90 80 übergangslogo auf jeden fall ja so sehen die wunderschönen teile aus ein wahnsinnig schönes design wie ich finde hier haben wir noch ein bisschen text für die die lesen wollen was ich nicht denke p1 nummer wie sich das gehört und dann würde ich sagen leute sehen wir uns jetzt beim test dieser vulkaner so jetzt haben wir hier die magic stars schöne kleine vulkaner von weko ein stückchen älter mal gucken was die noch so können sind doch doch ganz schön machen wir gleich noch einen zweiten hinterher also das sind echt schöne kleine vulkaner wenn es die noch irgendwo gibt können euch die definitiv kaufen schöne teile